Ja hallo, heute möchte ich euch mal wieder ein Spiel zeigen und zwar geht es heute um 6 nimmt und zwar als Brettspiel. Dafür solltet ihr 2 bis 6 Spieler sein und 8 Jahre alt sein. Ja wer 6 nimmt kennt, weiß eigentlich schon so halbwegs den Ablauf, denn auch hier fangen wir wieder mit 4 Reihen an. Jeder bekommt in diesem Fall jetzt hier 12 Plättchen, die halt ansonsten die Karten darstellen und dann geht es auch schon los, dass jeder eine Karte verdeckt vor sich ablegt. Nach dem Aufdecken werden dann wieder geschaut, dass halt wieder die kleinste Karte anfängt, dann der geringste Abstand dafür natürlich genommen wird. Hier ist jetzt eine Besonderheit, dass sobald du eine Zahl nimmst, die kleiner ist als die größten oder die kleinstmögliche, die sozusagen ausliegt, gehst du an den größten Stapel, wie wir hier auch schon einmal gemacht haben. Wir haben hier die 98, haben dann die 1 irgendwann ausgespielt und dann nehme ich halt nicht irgendeinen Stapel auf, sondern lege diese an die 98 an. Ja sobald man ein Plättchen anlegt und auf das letzte rote Fältchen kommt, ist die Reihe voll, sprich alle Punkte, die hier vorne sind, alle Hornochsen werden gewertet. Der Stein bewegt sich dementsprechend in die Miesen oder wenn man natürlich irgendwo passend hier auf ein grünes Feld liegt, in die grünen natürlich, weil man Punkte bekommt. Und es wird eine neue Reihe begonnen. Hier ist es jetzt so, dass nicht die Reihe abgeräumt wird, dass letztes Stein wieder nach vorne gelegt wird, sondern schon die Reihe wird abgeräumt, die Punkte werden gewertet, aber das letzte Plättchen geht dann auf die nächste Reihe, weil jede Reihe hat so seine Besonderheiten. Es sind zum Beispiel Reihen, wo man für die Plättchen, die man anlegt, Pluspunkte bekommt, also für das Plättchen, was ich angelegt habe, würde ich zum Beispiel die 88, da sind drei Hornochsen drauf, auf dieses Feld legen, würde ich sofort drei Punkte bekommen. Lege ich allerdings dementsprechend das gleiche Plättchen, sagen wir mal, auf so ein rotes Feld, bekomme ich das als Minuspunkte, auch sofort gewertet. Jetzt ist eine Besonderheit auf dieser Seite, denn das Spielbrett hat zwei verschiedene Seiten, einmal eine Anfängerseite und eine Profiseite. Hier ist es zum Beispiel so, dass sobald diese Reihe im Spiel ist, muss jeder Spieler zwei Karten verdeckt vor sich hinlegen. Hat zur Folge natürlich, dass jeder zweimal dran ist mit Ausspielen und man noch für weniger vorplanen kann, was halt mit Pech zu noch viel mehr Minuspunkten führt. Aber sobald in dieser Reihe auf jedem Feld, wo zwei Plättchen drauf sind, belegt ist, muss auch jeder Spieler wieder nur noch ein Plättchen ablegen. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, gibt es eine Vorder- und eine Rückseite und des Weiteren gibt es an der Randzähleiste noch Glücks-Kleeblätter. Dafür gibt es dann nochmal spezielle Sonderkarten, die man bekommt, sobald man beim Zurückgehen, sprich Minuspunkte bekommt, also auch wenn ich von 44 auf 40 falle, gehe ich trotzdem über ein Kleeblatt und dafür bekomme ich dann eine Sonderkarte, darf ich mir aussuchen. Zum Beispiel im Grundspiel, also auf der leichten Seite, wenn ich dort dann zurückfalle und mit dem Kärtchen spiele, habe ich entweder die Möglichkeit, dass ich beim Werten, wo ich ja eigentlich Minuspunkte bekomme, mir zwei Karten aussuchen darf, die dann als Pluspunkte gewertet werden. Also wenn ich schon mal zwei Fünfer drin habe, könnte ich die natürlich schon mal als Plus werten, so dass die Minuspunkte nicht ganz so groß werden oder ich vielleicht sogar Glück habe, dass ich Pluspunkte bekomme. Oder die zweite Glückskarte, die ich nehmen könnte, wäre, dass ich ein Feld, egal was sozusagen die Grundkarte sagt, ob ich dafür Minuspunkte bekomme, ob ich sowieso schon Pluspunkte bekomme, für das Feld bekomme ich definitiv fünf Pluspunkte. Dann wird die Karte wieder zurückgelegt und der nächste könnte sie sozusagen rein theoretisch nehmen. Ja, ich finde es ist eine sehr gute Umsetzung, dass das 6 nimmt Klassikers, wie man ja schon sagen muss, und es macht verdammt viel Spaß, da halt noch mal andere Felder dabei sind, andere Möglichkeiten, man vielleicht noch ein bisschen gezielter spielen kann. Achso und von der Dauer des Spiels her, jeder bekommt am Anfang zwölf Kärtchen, spielt man mit zwei oder drei Spielern und die zwölf Kärtchen sind aufgebraucht, kriegt man noch mal zwölf Kärtchen, ansonsten ist das Spiel danach direkt vorbei. Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Untertitelung des ZDF, 2020